Vor der Küste Namibias, Angolas und Südafrikas liegt eines der fruchtbarsten Meeresgebiete der Ozeane, direkt neben einer der ältesten Wüsten der Welt. Und beide Phänomene werden durch eine Ursache hervorgerufen, nämlich den küstenparallel wehenden stetigen Passatwind. Doch während der Auftrieb im Wasser das Land austrocknet, schaffte er im Ozean ideale Bedingungen für das Wachstum von mikroskopischen Meeresalgen und damit die Grundlage für ein außergewöhnlich reiches Ökosystem, das Benguela-Auftriebsgebiet. Es ist eine wichtige Proteinquelle für viele Millionen Menschen in Zentralafrika. Aber wie genau funktioniert das Auftriebsgebiet und welche Faktoren sind in Zukunft entscheidend? Die Küstenregion für Südwestafrika gehört zu den vier großen sogenannten Eastern Boundary Upwelling Systems, also zu den vier größten Küstenauftriebsgebieten der Erde. Obwohl diese Auftriebsgebiete im Vergleich zur gesamten Ozeanfläche nur wenige Prozent bedecken, findet in diesen Hochproduktivregionen der Großteil aller Fischfänge statt. Das Benguela-System ist dabei das produktivste Auftriebssystem weltweit und hat somit eine enorme sozioökonomische Bedeutung weit über die Grenzen Afrikas hinaus. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekt GENOS hat in sechs Jahren die komplizierten Zusammenhänge dieses Ökosystems erforscht und dabei direkte Messungen auf Forschungsschiffen mit Modellrechnungen kombiniert, um die Steuermechanismen und die saisonale wie zwischenjährliche Variabilität dieses Systems zu verstehen. Über dem Südatlantik, ungefähr bei der Insel St. Helena, liegt ein permanentes Hochdruckgebiet, das in Verbindung mit permanenten oder saisonalen Hitze-Tiefdruckgebieten über dem Kontinent Afrika stetig nach Nordwesten gerichtete Passatwinde hervorruft, die hier mit diesen Pfeilen dargestellt sind. Diese Winde schieben wegen der Chorigolistkraft vereinfacht ausgedrückt das Oberflächenwasser von der Küste in Richtung offener Ozean. Der dadurch resultierende niedrige Wasserstand an der Küste wird durch das Aufsteigen von tiefem Wasser kompensiert und als Folge ist die Wassertemperatur an der Küste Namibias deutlich niedriger als in den umliegenden Regionen, was hier sehr gut an den blau-grünen Bereichen zu sehen ist. In der Profilansicht bei 23 Grad Süd sieht man sehr gut, wie durch den Auftrieb kaltes Tiefenwasser über den Kontinentrand bis an die Oberfläche transportiert wird. Mit dem Tiefenwasser werden gleichzeitig Nährstoffe, wie hier dargestellt Nitrat, in die lichtdurchflutete Zone transportiert. Nährstoffe wie Nitrat oder Phosphate sind der Dünger für Algen und bewirken ein ausgeprägtes Phytoplanktonwachstum im Oberflächenwasser, besonders im küstennahen Bereich. Die Passatwinde bewirken also einen Küstenauftrieb, der wichtige Nährstoffe in die oberflächennahen Bereiche transportiert und dort zu einer hohen Primärproduktion von mikroskopisch kleinen Algen führt. Diese Algen sind die Basis der gesamten Nahrungskette im Benguela-Gebiet und führen zu der hohen Produktivität des gesamten Systems bis hin zu Fischen und Raubtieren. Die Verteilung und Konzentration des Phytoplanktons ist hier in der Aufsicht besonders gut anhand der rot-violetten Färbung entlang der namibischen Küste zu sehen. Auch sieht man sehr gut, wie dynamisch das System ist. In Wirbeln wird das aufgetriebene Wasser weit in den Südostatlantik transportiert. So interagiert der Küstenauftrieb hier mit dem offenen Ozean. Mit den Nährstoffen wird auch Kohlendioxid, ein wichtiges Treibhausgas, in die Meeresoberfläche transportiert und entgast dort in die Atmosphäre. Gleichzeitig bindet aber die Photosynthese der Algen CO2 und wandelt es in organischen Kohlenstoff um, der als Algenreste wieder absinkt. Was nun genau bewirbt ein erhöhtes Algenwachstum? Phytoplankton nimmt beim Algenwachstum neben den Nährstoffen Nitrat und Phosphat auch gelöstes Kohlendioxid aus dem umgebenden Wasser auf und zieht so atmosphärisches CO2 nach. Dieser Prozess der Photosynthese kann nur dort stattfinden, wo genug Sonnenlicht und Nährstoffe vorhanden sind, also im oberflächennahen Bereich der Wassersäule. Ein Auftriebsgebiet ist also auch eine wichtige Schaltstelle für das Treibhausgas CO2 zwischen Ozean und Atmosphäre und beeinflusst direkt den globalen Klimawandel. Ob es eine Quelle für die Atmosphäre ist, wird entscheidend durch Wechselwirkungen physikalischer und biogeochemischer Prozesse beeinflusst. Das Phytoplankton als Basis der Nahrungskette wird wiederum von Zooplankton konsumiert. Zum Zooplankton gehören unter anderem kleine Krebse, Würmer, Foraminiferen und verschiedene Larven sowie junge, juvenile Fische, das sogenannte Ichthioplankton. Abgestorbenes Phyto- und Zooplankton sinken als sogenannte Detritus beim vertikalen Transport durch die Wassersäule in tiefere Wasserschichten ab. Diese Partikel dienen einerseits als Nahrungsquelle für die am Meeresboden lebenden Organismen. Gleichzeitig werden diese Partikel schon während des Transports durch die Wassersäule von Bakterien und Mikroben abgebaut. Der Abbau von organischem Material, auch Remineralisation genannt, verbraucht dabei Sauerstoff. Hier kommen wir zu einer, man könnte fast sagen, dunklen Seite der biologischen Produktion. Der Abbau von organischem Material verringert nämlich die Sauerstoffgehalte im Wasser, durch das es absinkt und die Folge sind sauerstoffarme bis sauerstofffreie Zonen entlang der Küste. Im Benguela-Auftriebssystem vor Namibia wird diese Sauerstoffarmut verstärkt durch das physikalisch getriebene Ansaugen von Sauerstoffarme, aus dem enormen Angola-Dom im tropischen Ostatlantik. Einer alten Wassermasse mit hohem Nährstoff- und CO2-gehalten und wenig O2. Beim aeroben Abbau von absinkendem organischem Material wird Sauerstoff verbraucht, sowohl in der Wassersäule als auch am Meeresboden. In dieser Animation ist die Sauerstoffkonzentration in 240 Meter Wassertiefe dargestellt. Es ist gut zu sehen, dass der Sauerstoffgehalt vor der Küste Namibias zwischen 0 und 250 Mikromol schwankt. Bei ca. 250 Mikromol Sauerstoff, in rot-violett dargestellt, ist das Wasser voll mit Sauerstoff gesättigt. Abwerten unter 50 Mikromol, in blauer dargestellt, spricht man von Sauerstoffminimumzonen, auch suboxischen oder anoxischen Bereichen. Solche niedrigen Sauerstoffgehalte sind tödlich für höhere Tiere und in der Tat sind große Fischsterben gang und gäbe. In der Animation ist sehr gut zu erkennen, dass im Küstenbereich immer wieder suboxische bis anoxische Bereiche auftreten. Diese aber nicht statisch, sondern je nach Strömungsverhältnissen und Jahreszeit variabel sind. Es ist auch gut zu erkennen, dass sich die anoxischen Bereiche in den sogenannten Filamenten über den Schelf in Richtung offener Ozean bewegen. Anoxische Bereiche haben eine enorme Bedeutung für das Ökosystem, da in diesen Bereichen keine höheren Lebewesen existieren können. Größere und mobile Lebewesen wie Fischschwärme können diesen Zonen manchmal ausweichen. Kleinere und sesshafte Arten dagegen würden anoxische Bedingungen nicht überleben. Die absinkenden Partikel lagern sich auf dem Meeresboden ab und werden über die Zeit im Sediment eingelagert. Bodenlebende bentische Organismen, zum großen Teil Bakterien und Mikroben, bauen dieses organische Material weiter ab. Und dabei wird auch wieder Sauerstoff verbraucht. Sollte kein Sauerstoff mehr vorhanden sein, werden andere Sauerstofflieferanten wie zum Beispiel Nitrat genutzt. Beim Abbau wird partikuläres Material also in gelöste Substanzen umgewandelt, in kleine anorganische Moleküle, organische Moleküle oder in Gase. Daher kommt es an der Sedimentwassergrenzschicht zu einem signifikanten Austausch von gelösten Gasen und anderen Substanzen. Diese bentischen Austauschprozesse sind von fundamentaler Bedeutung für das gesamte Ökosystem von Namibia und daher Gegenstand intensiver Forschung im Genos-Projekt. In Bezug auf den Sauerstoff kann man die Prozesse wie folgt zusammenfassen. Die Photosynthese des Phytoplanktons produziert in der oberen Wassersäule Sauerstoff. Hier sind die Gehalte hoch. Zooplankton benötigt bei der Atmung gelösten Sauerstoff und alle nachfolgenden Abbauprozesse von absinkendem Material verbrauchen ebenfalls Sauerstoff, sodass die Sauerstoffgehalte in der mittleren und unteren Wassersäule sinken. Je mehr Material produziert wird und absinkt, desto größer ist also auch der Sauerstoffverbrauch. Als Folge dieser Abbauprozesse kann es zu komplett sauerstofffreien, anaeroben Zonen am Meeresboden kommen. Genau entgegengesetzt verhält es sich mit den Pflanzennährstoffen wie zum Beispiel Phosphat. Phosphat wird bei der Bildung von Phytoplankton benötigt und daher im oberen Bereich der Wassersäule aufgenommen. Beim Abbau und Zerfall von organischen Substanzen im unteren Bereich der Wassersäule wird Phosphat wieder freigesetzt. In manchen Bereichen des Sediments wird dabei so viel Phosphat freigesetzt, dass sich dort sogenannte Phosphorite bilden. Phosphatlagerstätten von Auftriebsgebieten sind eine zunehmend wichtige Ressource und sind Gegenstand kontroverse Debatten betreffs der Folgen untermeerischen Abbaus. Auch stickstoffhaltige Nährstoffe wie Nitrat oder Ammonium sind für die Photosynthese notwendig und werden von Phytoplankton in der Lichtzone aufgenommen und beim fortschreitenden Abbau von organischem Material wieder zum wassergelösten Nitrat umgewandelt. Auch dieser Prozess verbraucht Sauerstoff. Allerdings reichert sich Nitrat insbesondere in sauerstofffreien Bereichen der Wassersäule oder in den Porenwässern der Sedimente nicht an, denn das Nitratmolekül enthält Sauerstoff, den Mikroorganismen als Sauerstoffquelle für den Abbau organischer Substanz nutzen. Bei dieser sogenannten Denitrifikation entsteht molekulares Stickstoffgas, das in die Wassersäule und in die Atmosphäre entweicht. So geht ein wichtiger Pflanzennährstoff verloren. Die Prozesse der Umwandlung von Nährstoffen in Biomasse und ihre Remineralisierung regeln also die Produktivität im Auftriebsgebiet vor Südwestafrika und seine CO2- und Sauerstoffbilanz. Und sie sind natürlich die Grundlage für das gesamte Ökosystem, das sehr sensibel auf ihre Veränderungen reagiert. Unsere Analysen zeigen, dass der beobachtete Klimawandel bisher keinen erkennbaren Einfluss auf diese grundlegenden Prozesse gehabt hat. Bisher wird das System von natürlichen, mehrjährigen Schwankungen im Antrieb, in der Zirkulation der Wassermassen und im Ökosystem selbst dominiert. Modellrechnungen für die mögliche Zukunft zeigen aber, dass bei ungebremstem CO2-Ausstoß durch menschliche Aktivitäten deutliche Veränderungen zu erwarten sind. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020